Willkommen zurück zu Flightpilot Simulator. Wir haben viereinhalb Millionen. Das heißt, wir holen uns heute den Townkappen Kampfjet. Den hier. Und naja, werden damit mit Schallgeschwindigkeit fliegen. Schallgeschwindigkeit. Warte. So. Gibt Gas und Hebe ab. Durchbricht die Schallmauer. Ja, okay. Mach ich. Hallo? So. Fertig. Geschafft. Und wir haben noch nicht das nächste Level erreicht. Bisschen merkwürdig. Okay. Wir haben einige neue Level. Und danach haben wir noch mehr. Ich will eine etwas längere Folge diesmal machen. Und möglichst viel schaffen. Und wir fliegen bei Regen. Guten Tag, Pilot. Warte auf die Autorisierung. Start autorisiert. Wir haben so eben die ungefähre Position des Schiffbrüchigen erhalten. Landen in der Nähe des Boots, um den Schiffbrüchigen zu retten. Hä? Dann bleibe ich einfach dicht über dem Wasser. So. Gleich sollten wir da sein und wieder auf dem Wasser aufsetzen. Dann. Ähm. Ein bisschen weiter noch. Geschafft. Und jetzt bringe ich ihn wieder in Sicherheit. Dazu müssen wir erst mal drehen. Ah. Oh Gott. Schnell abheben. So. Weil wenn man damit sich auf dem Wasser dreht, man kann nicht mehr stehen bleiben. Das finde ich ein bisschen doof an dem Flugzeug. Und es kann die Räder nicht ausfahren. Und es kann die Räder nicht ausfahren. Auch wenn man im Hangar eindeutig sehen kann, dass es Räder hat. So. Jetzt gehen wir wieder runter. Und dann haben wir es auch geschafft. So. Bisschen weiter noch. Ich bleib die ganze Zeit davor stehen. Geschafft. Man kann kein Level 11 erreichen. Oh. Guckt mal. Wir haben 99 Sterne. Aber man kann kein Level 11 erreichen. Dann haben wir uns den. Den haben wir noch nicht. Ich habe vor, alle Flugzeuge zu haben, die man sich kaufen kann. Zum Glück habe ich geübt mit dem Jet. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen, äh, vielleicht hätte ich den Jet nehmen sollen. Wo ist das Flugzeug? Wahrscheinlich links. Irgendwo. Oh. Ähm. Wo ist denn das Flugzeug? Ich sehe es ja nicht mal. Hä? Hä? Warte mal. Ich habe mir jetzt mal den Stern. Wow. Mit dem Flugzeug fliegen ist nicht leicht. Und dann. Das ist ganz in der Nähe. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe das verdammte Flugzeug nicht. Hä? Hä? Ach da. Stolzflug. Warte. Wir müssen währenddessen auch noch drehen. Hä? 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 Nein. Warte. Flugzeug. Links zu dir. Da ist es. Bin, glaube ich, zu schnell. Oha. Und jetzt? Ah. Okay. Lannen. So. Oh Gott. Was ist das für ein Flugzeug? Ich glaube, damit werde ich nicht mehr fliegen. So. Fahrwerk raus. Wie soll damit bitte die Landung werden? Ich würde es eigentlich nicht wissen. Ach. Ach. Total eklig. Wow. Wir sind fast abgestürzt. Ja. Man kann keinen Level 11 erreichen. Okay. Wow. Suche. Oh nein. Oh nein. Nicht wieder das Wasserflugzeug. Flugzeug. Können wir nicht dieses Feuerwehrflugzeug nehmen? Wir fliegen an eine Absturzstelle. Wir fliegen an eine Absturzstelle. Die Forscher wollen sicher dorthin gelangen. Bereit zum Start. Äh. Überprüfe die Lage der Absturzstelle auf deinem Radar. Fortschritt. Können wir nicht einfach, ja, in der Nähe landen. Hä? Hä? Ist es hier? Oder wo? Ach, da. Ah. Muss ich jetzt nochmal drehen. So. Die Forscher wollen also sicher landen. Äh. Das ist bei mir, Bruchpilot Quack, nicht so leicht. Wow. Dann fasst das Flugzeug berührt. So. Und Start. Komm schon. Werd schneller. Okay. Abheben. Da lang. Fliegen wir zu einem anderen Flughafen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen verwirrt. Ah. Das ist ein anderer. Da bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher. Oha. Ich hätte die Bojen locker platt gemacht. Oder die boosieren mich. Wie auch immer man es sehen möchte. Neue Klasse freigeschaltet. Schön. Aber wir sind doch noch gar nicht fertig. Und wir haben vier Lotteriespins. Ja. Pfff. 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 Was zum Teufel. Sechseinhalb Millionen. Oh mein Gott. Pfff. 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 Was zum Teufel. Sechseinhalb Millionen. Oh nein. Nein. Ich mag die drei Level nicht. Und hier brauchen wir 15 Million. Da. Oder aus einem Lotteriepreis. Das wär jetzt natürlich auch ganz cool. Hätten wir schon das nächste freigeschaltet und... Pfff. Das wollte ich nicht. Dann hätten wir die Fragezeichen Level. Ja. Ich weiß. Bald erhältlich. Seit Ewigkeiten. Möglichkeiten da drinnen. Geheime Aufklärung. Mag ich nicht, kann ich nicht, muss ich aber, weil ich es mir vorgenommen habe. Oha, über Radarhöhe. Auch Leute, kommt schon. Ich bin viel zu schnell. So, jetzt hüpfen wir mal da rüber. Irgendwie durch die Berge hüpfen mit einem Flugzeug. Und ich bin ein bisschen langsam. Ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich langsam bin. Oha, da ist ein Flughafen. Der hat mich natürlich auf dem Radar, wenn ich so hoch bin. So. Komm schon, komm schon. Weg vom Flughafen. Hä? Das ging ja viel leichter, als ich es beim ersten Mal ausprobiert habe. Oha. Auf Radarhöhe. Wir sind fast auf Radarhöhe. Am Berg vorbeifliegen. Flieg am Berg vorbei. Nicht über dem Berg. Daran vorbei. Ich lege trotzdem überm Berg. Hä? Sollten wir nicht drei Ziele machen? Egal. Oh man, Himmelsschrift und Winkel-Speedrun. Ihr merkt, ich bin verzweifelt. Ja, ich mag es nicht so. Weil jetzt müssen wir die perfekten Winkel haben. Und das in einer ganz genau vorgegebenen Zeit. Komm schon. Zieh. Zieh hoch. Zieh hoch. Zieh hoch. Wisst du das? Wenn wir mit dem falschen Winkel da durchfliegen, haben wir verkackt. So, ich werde mal ein bisschen langsamer. Am besten im letzten Moment ziehen. Das habe ich mir damals, als ich das gemacht habe, auch gemerkt. So. Sie. Was? Nur noch eins? Äh, zwei meine ich. Hui. Ah, nein. Nein. Beim letzten Winkel, äh, beim letzten Bogen. Ah, verdammt. Der letzte Winkelbogen, Dingsbums, hat nicht hingehauen. So, wenn wir durch den zweiten durch sind. Geschwindigkeit auf 75% machen. Hopp. Und durchfliegen. Und hopp. Durchfliegen. Ah, das nervt natürlich jetzt schon. Dass ich das nicht geschafft habe. Verwerfen. Himmelsschrift. Versuchen wir. Einen Versuch gebe ich dem Ganzen. Wir müssen hinter bestimmten Flugzeugen herfliegen. In dem Fall dieses hier. Die anderen machen schon dieses Rauchteil an. Ich noch nicht. Weil ich das überhaupt nicht anmache. Und ich habe schon verkackt. Stimmt's? Ja, ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Okay. Einen Versuch noch. Noch einen. So. Und wir sind zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Okay. Ich sehe jetzt hier noch nicht mehr. Ach da. Guck mal. Okay, Leute. Das mache ich dann offline. Wir haben hier noch ein paar Lottery Spins. Der Beach King Air. Da drunter. Wäre natürlich schön. Du hast Beach King Air. Ja. Okay. Das machen wir noch gleich. 100.000 Münzen. Dropped Power. Hm. Naja. Eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Rauch Power. Ja. Okay. Wir haben einfach 15 Millionen geschenkt gekriegt, Leute. Wow. Ich weiß schon den Titel dieser Folge. 15 Millionen Flugzeug geschenkt. Schande. Ähm. Pilot. A hurricane is heading our way. Ja. Okay. Schön, dass es auf Englisch ist. Was soll ich machen? Wir haben heftige Turbulenzen gebracht, dass dieses Flugzeug nicht beschädigt wird. Ein Flughafen hat uns die Landeerlaubnis erteilt. Oh Gott. Beeil dich. Ich sehe überhaupt kein Flugzeug. Äh. Flughafen meine ich. Hallo? Hallo? Flughafen. Da ist irgendwie was mit dem Flughafen. Rechts. Auf der Landebahn gibt es starken Seitenwind. Das wird eine schwierige Landung. Wie der Seitenwind auch so schön gezeigt wird. Ja. Für den Seitenwind. Hä? Was für ein Seitenwind. Ich hab keinen gespürt. Nur bei der. Äh. Beim ansetzen. geschafft. Ha. Bald erhältlich. Gut Leute. Das war's mit der Folge. Nächste Folge ist wahrscheinlich dann die letzte Folge. Ähm. Winkel Speedrun und Himmelschrift habe ich bis dahin wahrscheinlich schon gemacht. Das heißt wir machen nur noch Signal und dann wahrscheinlich ein bisschen Freiflug. die letzte Aufgabe. Ich glaub 1000 Passagiere oder so. Ich weiß nicht ob ich's machen werde. Äh. Wenn ein Update rauskommt werde ich natürlich weitermachen. Aber bis dahin erstmal nicht. Okay. Wenn's euch gefallen hat dann lasst ein Like da. Um nichts mehr zu verpassen lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 6